Hallo, ich heiße Hyeon-Hok-Jang. Ich bin koreanische Lehrerin. Heute erzähle ich über die Aussprache von R. Im koreanischen gibt es kein R. Aber R wird auch R ausgesprochen. Für koreaner ist es sehr schwer. Den Unterschied zwischen R und R zu erkennen. Ich kann R auch nicht richtig aussprechen. Für uns hören sich beide gleich an. Aber es gibt eine Regel. Hört mir mal zu. Wenn R der erste Konsonant ist, dann wird als R ausgesprochen. Egal, in welcher Silbe es steht. So, Ramen. Saram. Das ist auch der erste Konsonant bei der zweiten Silbe. Saram. Lira. Beide werden als R ausgesprochen. Lira. Restorang. Restorang. 물. 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 일기. 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 살. 살. Sie werden als L ausgesprochen. Wenn L ein Batschim ist. Batschim ist der zweite Konsonant. Erster Konsonant. Erster Konsonant. M und Vokal und der zweite Konsonant. Wenn L ein Batschim der zweite Konsonant ist, dann wird als L ausgesprochen. Mul. 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 Ilgi. 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 Sal. Sal. Ich lese es. Mullon. Mullon. Molli. 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 Mollang. 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 Batschim L wird L ausgesprochen. Mul. Mul. Moll. Und der erste Konsonant wird normalerweise als er ausgesprochen. Aber Mollon. Molli. Mollang. Nach dem Batschirm R folgt R, dann wird dieser R als L ausgesprochen. Beide werden als L ausgesprochen. Mollon, Molli, Malang, Illhada, Malhada, Malhada. Vachim L wird als L ausgesprochen. So, Illhada, Malhada. Es ist richtig. Aber wegen Batschirm R wird H schwach ausgesprochen. So, B, Irada, Malhada. Irada, Malhada. Irada, Malhada. Der erste Konsonant wird als R ausgesprochen. So, Irada, Malhada. So, die Aussprache, Illhada und Auge, Irada. So, beide sind richtig. So, Malhada und Malhada. Danke fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Ihr habt euch gebt. Wir haben hier ein paar Tipps. Untertitelung des ZDF, 2020